Ja hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ich bin Swimor, euer Ganschat und dieses mal ein etwas anderes Video und zwar werde ich in letzter Zeit, seitdem ich Arma 2 DayZ Videos von Overpog etc. hochlade, öfter gefragt, wie man denn diese Mod bzw. DayZ zum Laufen kriegt. Viele fragen mich wegen dem DayZ Commander, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein kleines Tutorial draus, dauert ja auch nicht lang und dann könnt ihr euch das selbst mal anschauen, wie das geht. Und zwar braucht ihr einmal natürlich Arma 2, ist klar, ich selbst habe die Complete Collection, das heißt, da sind alle möglichen Add-ons drin, die es für Arma 2 gibt. Das gibt es bei GameKeyFinder.com oder GameKeyFinder.de, eins von beiden, verlinke ich euch natürlich unten. Gibt es das für, jetzt lasst mich lügen, ich glaube irgendwas mit 10 Euro. So, und dann habt ihr die Complete Collection und da ist halt auch die wichtige Mod bei und zwar Arma 2 Operation Arrowhead, die braucht ihr ganz wichtig, die muss auch installiert sein bei Steam. Jetzt kommen wir zu der Mod selbst. Ich selbst mache das nicht mit dem DayZ Commander, sondern mit dem DayZ Launcher hier. Und das ist eigentlich ganz einfach, dafür starten wir das einmal. So, jetzt selbst seht ihr hier schon, ihr macht an, seht Server und so weiter und es sieht eigentlich so aus, als könntet ihr jetzt direkt joinen. Das passiert so noch nicht. Ähm, ich gebe euch gleich am Anfang schon mal den Tipp, damit der Download, den wir gleich durchziehen werden, damit das schneller geht und er nicht ewig braucht, wie bei so einem Torrent Download, geht ihr einmal auf Settings und klickt hier auf Force HTTP Download. Ja, das einmal reinpacken und dann geht der Download wesentlich schneller. Als, ja, vielleicht habt ihr es schon ausprobiert, normal ist es wirklich eine Qual dazu zu gucken, man plant dann schon fast den ganzen Tag an Wartezeit ein für ungefähr 2 GB und das ist halt schrecklich. Also, dann kommen wir zum wichtigen Part der ganzen Sache und zwar gehen wir hier auf Mods und bei Mods habt ihr jetzt die ganze Liste mit den ganzen Mods, die es halt für Arma 2 selbst gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob das natürlich alle sind, es gibt wahrscheinlich vereinzelte, die nicht im DayZ-Launcher mit drin sind. Die wichtigsten aber ist natürlich einmal die DayZ-Mod selbst, die fast zur Zeit 483,5 MB ist bei mir installiert und, äh, ja, jetzt kann man natürlich noch Fairify machen, um zu gucken, ob die Dateien in Ordnung sind. Dann, wenn ihr halt Overpoch spielen wollt, es gibt halt so ein paar Pflicht-Mods, die eigentlich einfach mit installiert, äh, werden müssten, weil die meisten Server halt mit diesen Mods laufen. Das ist einmal natürlich die DayZ-Epoch-Mod, die DayZ-Origins-Mod, die DayZ-Overwatch-Mod, jetzt seht ihr noch den rechten Kram hier, Origins mit verschiedenen Versionen, da weiß ich nicht genau, warum ich das beides gezogen habe, ich dachte, doppelt hält besser. Und dann natürlich noch Namalsk, wenn ihr auf dem DayZ-DE-1000-Server auch mal Namalsk ausprobieren wollt und Pantera. Die würde ich euch ans Herz legen, dass ihr die runterladet, ähm, runterladet, runterlädt, naja, auf jeden Fall die Mods, dann müsste eigentlich alles klappen. Wenn ihr die Mods alle installiert habt, so wie ich sie habe, also hier nochmal die DayZ-Mod, die Epoch-Mod, ähm, dann natürlich die Origins, äh, Origins 1795, die DayZ-Overwatch-Mod und, papapapam, gehen wir runter, Namalsk und die Pantera-Mod, dann müsste eigentlich alles funktionieren. Da steht dann so wie hier, einfach Download, ihr klickt auf Download, macht das am besten nach und nach, es dauert wirklich eine Zeit, ähm, nehm, nehmt euch dafür ein paar, je nachdem, was ihr von der Leitung habt, ein paar Stunden Zeit, gerade wenn es alle Mods sein sollen, auf einmal, und dann klappt das eigentlich. Wer nur DayZ-Mods spielen möchte, äh, reicht natürlich nur die, äh, Mod, hier auszuwählen, ähm, DayZ. Ich sag euch aber gleich, dass wenige Server nur mit dieser DayZ-Mod laufen, ähm, ich hab mich da wirklich dumm und dusselig gesucht, bis ich wirklich einen Server gefunden habe, wo ich raufkam. Also ist das einmal das. Ja, an sich, ähm, war es das eigentlich schon hier. Wenn ihr das runtergeladen habt jetzt, dann könnt ihr hier auf Servers, ähm, gucken, das sag ich euch gleich, Steam am besten natürlich schon an, ähm, Arma 2 selbst noch nicht starten, auch nicht Operation Error Head. Ihr sucht euch natürlich denn den Server aus. Ich gehe jetzt zum Beispiel einfach mal, äh, auf den DE1000-Server, gebe ich jetzt in meinen Filter ein, Apply, oder Appli, so, DE1000, ja, entweder findet ihr den gerade nicht oder will nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt offline sind, hallo, Vorführeffekt, okay. Ne, Leerzeichen vergessen. Ich gebe eigentlich auch sonst immer nur 1000 ein. Da seht ihr schon hier, das ist halt der Server, auf dem ich am meisten spiele mit, Diablo und so weiter. Ne, 80 von 90, immer gut was los. Natürlich der Mann, der Malzx-Server. Ja, und, äh, da seht ihr dann unten auch immer bei den Servern selbst, was für Mods ihr braucht. Ja, wenn ihr zum Beispiel auf irgendeinen Server gehen wollt und das klappt nicht, guckt einfach mal nach, als ihr gejoined seid, hier über den Play-Button, was steht drunter, was für Mods werden vorausgesetzt, damit ihr damit joinen könnt. Ansonsten wäre es das eigentlich schon so gut wie gewesen. Ihr drückt hier auf den Play-Button, dann müsst ihr das Spiel starten, ihr müsstet direkt in die Lobby kommen. Natürlich könnt ihr, sobald das Spiel einmal gestartet ist, ähm, über den, äh, DayZ-Launcher, sagen wir mal, ihr knallt raus, seid dann wieder im Arma 2 DayZ, ganz normalen Menü im Spiel, da könnt ihr dann auch natürlich die Server raussuchen. Was bei mir jetzt oft aufgetreten ist, wo ihr selber aufpassen müsst, ähm, wenn ich jetzt nur, ähm, Arma 2, ähm, Operation Arrowhead anmache, dann die Server suche und joinen will, geht's nicht, weil, ähm, ich das halt nicht mit der zugehörigen Mod starte. Das kann man bestimmt bei Arma 2 selbst einstellen. Ich mache es lieber über den Launcher, weil ich keine Lust habe, jedes Mal die Modifikation bei Arma 2 ein- und auszutappen, so wie bei Arma 3. Das geht mir dann halt auf den Sack, ne? Ja, liebe Freunde, an sich wäre es das jetzt wirklich gewesen. Ich bin am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen. Wenn ihr sonst noch Fragen habt oder irgendwelche Tutorials, Hilfe, äh, zu irgendwelchen Games oder sonst irgendwas braucht, auch wenn es um Videobearbeitung geht, lass es Fraps sein, aufzeichnen, äh, mit, äh, Quatsch, aufzeichnen mit Fraps oder bearbeiten mit Sony Vegas, da kann ich euch auch gerne so ein paar Basics geben, wenn ihr das möchtet. Dazu einfach in die Kommentare schreiben und je nachdem, wie natürlich die Rezension ist, werde ich dafür dann auch ein Video veröffentlichen. Veröffentlichen, das hört sich so, oh, geschwollen an, ne? Mann, Mann, Mann. Gut, ich wünsche euch trotz dessen einen schönen Samstag noch und ich verabschiede mich, ja, und wünsche euch wie immer was, euer Garnschat. Gut, ich wünsche euch das Video.